Sie hören, ein Kuss kommt selten allein. Von Leila Atta. Aus dem amerikanischen Englisch von Elisa Valerie Thieme. Gelesen von Yeshim Maiseid und Elias Emken. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Eines Freitagnacht deaktivierte mein Leben kurzerhand den generellen persönlichen Sachverstand, besser bekannt als GPS und verließ die vorgegebene Spur mit mir im Fahrzeug. Mit passendem Soundtrack dazu hätte ich vielleicht geahnt, was anschließend passierte. Aber wie der ahnungslose Trottel im Horrorfilm, der für einen späten Snack in die Küche spaziert und keinen Schimmer hat, dass er gleich aufgeschlitzt, elektrogeschockt oder vom Teufel übernommen wird, knibbelte ich fröhlich Made in China-Sticker von den kleinen Platzkartenhaltern für die Verlobungsparty meiner Cousine. Kurz zuvor hatte ich noch Isabelles voluminösen Chiffonrock über einem Toilettensitz hochgehalten. Also ja, ich war vergleichsweise glücklich mit dem Stickerjob. Bei den Platzkartenhaltern handelte es sich um kleine Holzrahmen mit herzförmigem Bildausschnitt. Auf der einen Seite stand die jeweilige Tischnummer und auf der anderen sah man ein Foto von Isabelle und Thomas mitsamt eines Sie hat Ja gesagt Banners. Ihre überglücklichen Gesichter wurden von verschwommenem Herbstlaub umrahmt, was dem Bild einen zusätzlichen Touchromantik verlieh. Es war eine wunderschöne Aufnahme. Ich war wahrscheinlich die einzige, die sie gruselig fand. Das Foto wirkte, als wäre es von einem Käfer auf einem Ast geschossen worden, der vorsichtig auf seinen kleinen Stativbeinchen balancierte und Mo D. Als Rachel-Auntie näher kam, zuckte ich zusammen. In einer indischen Familie aufzuwachsen bedeutete, dass alle, die sich annähernd im Alter der eigenen Eltern befanden, als Auntie oder Uncle angesprochen wurden. Man klatschte die Anrede einfach an den eigentlichen Namen, ganz gleich, ob man nun tatsächlich miteinander verwandt war oder nicht. Wenn man den Vornamen nicht kannte, sprach man sein Gegenüber als Auntie G oder Uncle G an. Kinder aus Einwanderer Familien lernen recht früh, dass es Ausnahmen für die Regeln ihrer Eltern gibt. Ein Beispiel. Wenn du das Namensschild einer Kassiererin gelesen und dich daraufhin mit vielen Dank Mildred Auntie verabschiedet hast, erntest du entsetzte Blicke sowohl von deiner Mutter als auch von der Dame an der Kasse. Wenn du klug bist, kapierst du, dass einige Regeln nur für Menschen gelten, die dein kulturelles Erbe teilen. Falls nicht, wird es durch heftiges Ziehen am Ohr verdeutlicht. Der vermachte Dualismus folgt dir genau wie deine Hautfarbe und das Geräusch von Senfkörnern, die im heißen Fett aufplatzen durchs Leben. Deine Eltern kommen von dort, leben jedoch hier. Du wurdest hier geboren, doch befindest du dich im ewigen Spagat zwischen dort und hier. Rachel Auntie war wirklich meine Tante, die jüngere Schwester meiner Mom und die Mutter meiner Cousine Isabel. Daher wusste sie über bestimmte Dinge bestens Bescheid. Moody, solltest du nicht bei Dolly sein? Ich komme, sobald ich mit denen hier fertig bin. Ich lächelte und versteckte einen der Tischkartenhalter hinter meinem Rücken. Hoffentlich hatte sie nicht gesehen, dass ich Konfetti darauf geklebt hatte. Es war nicht möglich, die Sticker zu entfernen. Sie waren mit industriellem Superkleber daran befestigt. Daher prangten jetzt auf sämtlichen Rahmen Reste von Made in China Stickern, was noch schlimmer war als vorher. Nun würde nicht nur jeder wissen, dass wir billige Rahmen gekauft hatten, sondern auch, dass wir versucht hatten, es zu verheimlichen. Es lag auf der Hand, dass das einzige Vernünftige war, die Vertuschungsaktion zu vertuschen und Tischkonfetti auf die Klebereste zu drücken. Moody, das ist ein großer Tag für Isabel. Wie du weißt, können wir nicht riskieren, dass Dolly eine Szene macht. Lass das Gefummel und sie nach deiner Mutter. Ja, Rachel, Auntie. Ich stellte den Tischkartenhalter ab und folgte ihr. Ich war 24, aber wenn dich ein älteres Familienmitglied um etwas bittet, lässt du alles stehen und liegen und kümmerst dich darum. Dieses Pflichtbewusstsein war tief in meine DNA gedrillt. Es war meine Aufgabe, mich um meine Mutter zu kümmern. Bei genauem Hinsehen ließ sich erkennen, dass jeder in der Familie seine konkreten Aufgaben hatte. Es gab die Tonangeber und die Tonempfänger, Bandenführer und Talgrührer, Versprechenhalter und Versprechenbrecher. Wenn man etwas oft genug wiederholte, bekam man ein entsprechendes Label verpasst. Und alle wussten, womit sie es zu tun hatten. Oh Gott, Moody, bei dem kannst du kein Geld für dein Auto leihen, das ist ein Pfennigfuchser. Oder Oh Gott, Moody, frag die bloß nicht um Hilfe, sie ist der Beistand-Boomerang. Erst steht sie dir bei und dann kommt sie immer darauf zurück. Wie ein Boomerang. Labels machten es für alle einfacher. Ich war voll dabei und auf meinem Etikett stand Mutter-Sitter. Was hieß? Dass ich bei Familienfesten auf meine Mutter aufpasste. Denn Dolly liebte es sich zu... Das war's, okay. Ist nicht dieses Weil. Untertitelung des ZDF, 2020